Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bete dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade dieser Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Der Einkauf im Supermarkt ist zu einer sehr schwierigen Aufgabe geworden. Es gibt so viele Regale mit so verschiedenen Produkten, dass man ständig dazu gezwungen wird, neue Entscheidungen zu treffen. Was soll ich kaufen und was ist die beste Option? Wie viel brauche ich davon? Und will ich im Internet kaufen? Dann wird es schwieriger, eine Entscheidung zu treffen. Vor so einem vielfältigen Angebot ist es nur normal, dass man der Versuchung erliegt, etwas zu kaufen, was man eigentlich nicht braucht. Ich könnte die Versuchung nicht widerstehen, es zu kaufen, sagt man dann. Deshalb kann es schwer zu verstehen sein, dass in der Bibel der Ort der Versuchung nicht der Supermarkt, sondern die Wüste ist. Nicht, wo es eine große Menge an Möglichkeiten gibt, sondern wo es überhaupt nichts gibt, nur Hitze und Sand. Aber gerade in diesem Nichts ist der Mensch ganz allein vor Gott. Wenn alles verschwindet, dann wird die Frage nach Gott akut. Du, Jesus, wolltest in die Wüste gehen und so uns den Weg nach Gott zeigen. Aber nicht nur das, du wolltest sogar vom Teufel in die Versuchung verführt werden und so uns in allem gleich werden, außer der Sünde. So, wenn die Versuchung kommt und uns in der Wüste fühlen, können wir zugleich deine Nähe spüren. Selbst in der Stunde der Versuchung dürfen wir uns nicht allein fühlen. Gott ist mit uns. Du, Jesus, wolltest die Versuchung erleiden, um uns zu zeigen, dass wir immer den Weg wählen sollen, der uns zu Gott führt. Wir können uns gut vorstellen, wie groß dein Hunger war, den du nach so vielen Tagen ohne Nahrung verspürtest. Auch wir haben Hunger, manchmal großen Hunger. Hunger nach Brot und Nahrung, manchmal nach materiellen Gütern, nach Reichtum. Und in solchen Momenten fragen wir uns, ob wir diesen Hunger stillen oder eher nach höheren Gütern streben sollen. Sind Nahrung, Reichtum und Dinge alles, was ich zum Leben brauche? Gibt es nicht, was einen tieferen Hunger stillt, den Hunger danach, geliebt zu werden und zu lieben, danach, dass das Leben einen tieferen Sinn hat? Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehlt diesem Stein, zu Brot zu werden. Du, Jesus, wurdest vom Teufel auf die Probe gestellt. Wenn du wirklich Gott bist, warum bist du dann hungrig? Könntest du nicht alles im Brot verwandeln? Wahrlich, der Teufel konnte nicht verstehen, dass ein Gott schwach und hungrig sein und für uns leiden wollte. Er versteht das Kreuz überhaupt nicht. Aber Herr, bin ich nicht auch derjenige, der dich manchmal auf die Probe stellt? Wenn ich ein Problem im Beruf oder in der Familie habe, wenn mir vielleicht sogar das Nötigste fehlt, oder wenn ich mein Leben mit einem anderen vergleiche, denen es besser zu gehen scheint als mir, verstehe ich nicht, warum du, der du Gott bist, meine schwierige oder traurige Situation zulässt. Und dann sage ich dir innerlich, wenn du der Sohn Gottes wärst, würdest du mir immer das tun, worum ich dich bitte. Du würdest mir Brot geben, um meinen Hunger zu stillen. Du würdest immer mein Gebet hören. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass du mir nicht zuhörst, dass ich in der Wüste bin und dass meine Stimme nirgendwohin geht. Aber dann höre ich deine Antwort auf den Teufel. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot. Könnte es nicht sein, dass diese Wüste, durch die ich manchmal in meinem Gebet gehe, mir hilft zu entdecken, was in meinem Leben wirklich wichtig ist? Vielleicht bitte ich dich, mich vom Leiden zu befreien oder eine Aufgabe erfolgreich zu bewältigen. Aber dieser Schmerz oder die Schwierigkeit, die ich durchlebe, mir eigentlich hilft, das wahre Brot zu entdecken, das ich brauche. Deine Liebe, ein Leben mit dir und für dich. Natürlich will der Herr nicht, dass wir leiden. Aber manchmal lassen uns die Wüsten unseres Lebens das wahre Brot entdecken, von dem wir uns ernähren sollten. Kaum hast du, Herr, diese erste Prüfung bestanden, dann kommt der Teufel mit einer neuen Versuchung zu dir. Vom Gipfel eines hohen Berges aus, den Reichtum der Welt betrachtend, sagt er zu dir. All die Macht und Herrlichkeit dieser Reiche will ich dir geben, denn sie sind mir überlassen und ich gebe sie, wenn ich will. Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird dir alles gehören. Sind diese Worte nicht zu verlockend? Würden wir nicht auch gerne wichtig sein, alle Reichtümer der Welt besitzen? Und ist das, was der Teufel verlangt, eine Kleinigkeit, dass wir einen Moment vor ihm niederknien? Was sagst du, Herr, dazu? Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. In dieser Fastenzeit will der Herr uns genau zeigen, wo unsere wahre Freiheit liegt, in einem Herzen, das Gott liebt und nur lebt, um ihn anzubeten. Es ist also gut, mich zu fragen, was sind die kleinen Götter in meinem Leben, die mich manchmal daran hindern, Gott von ganzem Herzen zu lieben und anzubeten? Herr, hilf mir, von allem zu fasten, was mich von dir fernhält. Möge ich es wagen, dich in der Wüste zu begleiten, damit ich die Schönheit deines Lebens entdecke, das nur auf dich ausgerichtet ist. Schließlich verführte der Teufel den Herrn ein letztes Mal, und er stellte ihn auf das Dach des Tempels in Jerusalem und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürzt dich von hier hinab. Und es machte ihm klar, dass er viele Engel zur Verfügung hatte, die immer auf ihn aufpassen sollten. Aber du, Jesus, lässt diese Provokation nicht zu und antwortest ihm ruhig, aber deutlich zugleich. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Wenn der Teufel dich darum bietet, etwas Spektakuläres, Einzigartiges zu tun, reagierst du, Herr, mit Demut. Auch wir wollen manchmal große Dinge tun, einen Rekord aufstellen. Aber du willst uns in dieser Fastenzeit lehren, dass in der Trockenheit der Wüste oft eine Größe verborgen ist, die wahrhaftiger ist als die viele Gestalten dieser Welt. Es stimmt, Herr, manchmal verliere ich mich ein wenig bei so vielen Möglichkeiten im Supermarkt oder in den unendlichen Angeboten im Internet. Aber oft fühle ich mich noch verlorener in der Wüste meines Lebens. Deshalb will ich danken, dass du mir den wahren Wert dieser Fastenzeit zeigen willst. In der Wüste kann ich nämlich mit dir allein sein. Auf diese Weise werden wir gemeinsam den Reichtum entdecken, der unter dem Sand der Wüste verborgen ist, den Wert deiner Liebe, deiner Anbetung und deiner wahren Demut. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Reibungen und Angebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich, um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Ich danke dir, mein Vater und Herr,